Youtubers Live Leute, herzlich willkommen zum Youtube Simulator, sag ich mal Wenn ihr Youtuber werden wollt und es vielleicht erstmal üben wollt, könnt ihr dieses Spiel testen Aber merkt euch eins, Youtube solltet ihr nur machen, wenn ihr Spaß daran habt, nicht wenn ihr Fame werden wollt Dieses Spiel ist allerdings darauf ausgelegt, dass ihr ein famer Youtuber werden wollt Ja, wir sind jetzt Klick und Abo geil, also in diesem Spiel Okay, gut, wir drücken auf das Spiel und schauen uns erstmal das Intro an Ich habe es endlich geschafft Ich bin der beliebteste Youtuber Ich verwalte mein eigenes Netzwerk Es war ein schwieriger Weg bis dahin Das ist meine Geschichte Also an all die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben Wir spielen jetzt sozusagen die Vorgeschichte Wir wollen der erfolgreichste Youtuber der Welt Nein, des Universums werden Und erstellen ihnen jetzt erstmal den SuperDuperYoutuber So, und wir machen uns... Oh, das sieht geil aus Das machen wir auf jeden Fall Hier mit Stirnband, finde ich nice Und wir haben blaue Augen Und, äh, was hat man denn für einen Mund? Oh, hä hä, ist das eine Zahnlücke da vorne? Seht ihr das? Diese kleine Lücke da? Okay, Leute, wir haben eine Zahnlücke Habe ich jetzt einfach beschlossen Den Bart möchte ich keinen Den Hut nehmen wir auch keinen, weil wir das Stirnband haben Äh, da ich eher so der chillige Typ bin Nehmen wir ein sportliches Outfit Lassen wir den Jeans an und dann nehmen wir eine Trainingssoße Wie sieht das aus? Ach, okay, lassen wir das so Und wir nehmen die roten Schuhe Die passen perfekt dazu Okay, es sieht nice aus Eine Brille möchte ich auch keine haben Okay, weiter geht's Sind wir ein Superstar? Du bist ein Meister der Videos Und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen Jeder Like und Abonnent zählt Habgierig Deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues Du bist ein Wirtschaftsexperte Und du weißt, wie man mit dir das Geld macht Gestellig Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen Und Gestelligkeit zu leben Neue Freunde zu treffen ist ein Lieblingshobby Und eine unendliche Kontaktliste ist ein Ziel Genie Dich kümmert es nicht, was andere denken Zu studieren und neue Dinge zu erlernen Macht Spaß und ist einfach Du bewirbst dich für dein Studium Party-Tier Gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben ohne Sorgen Also hab ne tolle Zeit Romantisch Dein Lebensraum ist es, eine besondere Person zu finden Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen Bis du sie gefunden hast Dein Seelenverband erwartet auf dich Ja gut, aber wir wollen Superstar werden Ich meine, ihr habt ja die Vorgeschichte schon gesehen Und natürlich mit Gaming Wir sind ein PewDiePie-Fake Sozusagen Wie ist unser Name? Wir nennen uns einfach mal Olaf Und dadurch, dass wir hier ne Zahnlücke haben Meine Freunde Sind wir Lücke HD Das ist unser Gaming-Kanal Ja Leute Abonniert Lücke HD Gibt's die? Ey, das muss ich nachgucken Nach dieser Aufnahme Das muss ich nachgucken Ja, ich werde das hier jetzt alles nicht vorlesen Ich hab den Anfang schon mal Äh, gespielt Ich werde es euch im Laufe dieses Spiels hier erklären Und, äh, mein Ziel ist es Dass dieses Let's Play so lange geht Bis wir die 100.000 Abonnenten da oben erreicht haben Hab, ähm, schaffe ich das jetzt nicht Ähm, äh, oder ich, ich, ich mach Bis ich's geschafft habe Und dann entscheidet ihr, ob's weitergeht oder nicht weitergeht Also Ziel sind 100.000 Abonnenten Okay Dankeschön So Wir akzeptieren das jetzt mal Und, äh, das ist das Tutorial Einfach mal alle Tasten der, der Maus, äh, klicken So Genau So Okay, haben wir geschafft So Und jetzt dürfen wir unser erstes Video aufnehmen Doch, äh, dazu brauchen wir erstmal ein Spiel Und das ist hier in diesem Regal Ja, geh doch hin So, Spiel wählen Was haben wir denn da drin? Empire Planet 2 Okay Ist ein Strategiespiel Hat drei Sterne Und es ist das einzige Spiel, was wir haben Es hat minus acht oder 38 Dieses Spiel ist nicht mehr angesagt Okay Ja gut, ist halt so Wir machen davon ein Gameplay Und starten das Video jetzt mal Okay, mit unserem mega schlechten PC Die Webcam-Auflösung ist eine niedrige Auflösung Weil wir wollen eine Webcam drin haben Okay Äh, Mikrofon Keine Filter Also, Ausrichtung ist die Mono-Ausgabe Okay Fortsetzen So Und damit wir viele Klicks bekommen Nehmen wir das einfach Oh Mein Gott Ausrufezeichen Da ist eine Monster Äh Titte Ausrufezeichen Ja Ja, 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 ja Leute Das ist wirklich passiert Nein, wir müssen das Erst aufnehmen So Wir hauen jetzt erstmal eine fröhliche Äußerung raus Weil das ein episches Spiel ist Hier Du bist ein Level Äh, hier Farbe zu ordnen Keine Ahnung, keine Ahnung was das ist Farbe zu ordnen Aber wir hauen die Renderpunkte jetzt raus Und rendern das Video Erstmal studieren, oder? Soll ich So, studieren Das Video rendert Weil wir dieses scheiß Tutorial hier machen müssen Egal Äh, kaufen wir jetzt erstmal Oder gehen wir hier hin Okay Äh, wir können direkt jetzt ein neues Spiel kaufen Oder so Machen wir jetzt aber nicht Wir wollen jetzt erstmal gucken Wie unser erstes Video ankommt Yeah Ja Hier Wir haben schon 26 Aufrufe 30 Ja, cool Und 8 Abonnenten 11 Leute Wir sind im Hype Der Hype ist real So, was können wir hier machen? Vorbereitung Wie oft hast du gelernt? Einmal Okay Ja gut Das müssen wir halt einfach im Auge haben 21 Abonnenten Holy Shit, Leute Aber ich muss sagen Das Spiel gefällt mir nicht so Wir kaufen uns jetzt einfach direkt ein neues So Und zwar Lord Battle for Upper Earth Also sozusagen eine Verarsche von Die Schlacht um Mittelerde Und Äh, da müssen wir jetzt warten Bis es geliefert ist Das dürfte jetzt dann bald kommen Und Dann können wir das direkt aufnehmen Alter, wir haben schon 42 Abonnenten Leute So schnell werdet ihr fame In diesem Spiel Oh Wir haben das Paket bekommen So Öffnen So Genau Okay, nice Gut, dann gehen wir jetzt direkt hin Nehmen ein neues Gaming Video auf Und zwar dieses hier Lord Battle for Upper Earth Okay Äh Ein Gameplay Startet das Video Und Lassen die Einstellungen alles so Gehen auch fortsetzen Und nennen das Ganze Ähm Der Ring der Herre Ausrufezeichen Weiter So Okay Wer weiß An welchen Film Dieser Titel angelegt ist Der schreibt's In die Kommentare Also ihr seht jetzt hier Das da Müsste ich eigentlich hier unten finden Und anklicken Damit's gute Punkte gibt Aber jetzt muss ich irgendwas hier nehmen Deswegen nehme ich das Ja gut Und jetzt darf ich hier irgendwas nehmen Episches Spiel Machen wir einen singenden Kommentar Wir singen Lololololo Okay Gut Dann hauen wir das hier raus Und hauen das hier raus Haben hier wieder zwei grüne Schnittpunkte Und ballern das hier rein Und das hier rein Und drücken auf Rendern So 60% Interesse Neuer Rekord Neuer Rekord Neuer Rekord Also wenn das Video nicht einschlägt Dann weiß ich auch nicht Das müsste unser Durchbruch sein Guckt euch das mal an Wir sind hier überall Level Up Okay Ne bei Skript nicht Aber egal So Video ist einmal rennern Wir können uns kurz schlafen legen Und danach gehen wir noch eine Runde studieren Dass unsere Mutter nicht rumpusst Genau Mach dein Bett mal noch Mein Freund Unser lieber Olaf hier Ist voll am Durchstart Ne Er hat schon 64 Abonnenten Ne Das ist krass So Okay Ja ist schön am Studieren Und äh Jetzt müssen wir mal gucken Einfach nur gucken Hier so Okay wir haben zweimal Okay Pflichtveranstaltungen Okay 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 Hier Ich hab auf dein erstes Dall PC Video gewartet Okay Bla 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 Ist das beste Spiel Das ich je gespielt habe Das Spiel ist angesagt Wer hat dieses Video bearbeitet Lach mich weg So schlecht Oh man Ein Hater haben wir auch schon Neue Dinge zu tun Ist ein guter Weg Äh Bla 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 Ist ein großes Spiel Jetzt ist es viel interessanter geworden Okay Sehr interessant Yeah Leute Wir starten jetzt Alter Wir haben gleich die 100 Abonnenten Guckt euch das an Leute Und wir haben durch unser Wir haben schon 45 Cent verdient Alter Wir werden der größte YouTuber überhaupt Wir haben schon über 100 Abonnenten Leute Was geht Was zur Hölle Ach du Kacke Okay Wir können jetzt einen lustigen Kommentar machen Eine winkende Begrüßung Einen unlustigen Kommentar Einen sinnlosen Kommentar Eine winkende Verabschiedung Und einen mörderischen Blick Und fröhliche Äußerung Und einen zwingenden Kommentar Nice Alter 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 Wir haben gleich 300 Abonnenten Holy shit Holy shit Leute Was geht da gerade ab Alter Alter Leute Okay Warte mal Das verkrafte ich gerade nicht Da müssen wir jetzt erstmal kurz was essen gehen Weil hier haben wir ja noch die Essensleiste Da an der Seite Alter Unser erstes Video hat 1000 Aufrufe Wir haben 400 Abonnenten Holy shit Was bist du denn eigentlich Was ist das da für einer Was ist das für einer Was will die hier Was willst du da Geh mal bitte weg Ich will schlafen Lass mich mal alle in Ruhe Bitte eines Freundes Was Hä Ich muss ein Gameplay zu Instant of Silent machen Warum Weil ich 20 Dollar bekomme Okay Hä Warum pustet jetzt die Mutter rum Ich gehe doch die ganze Zeit lernen Okay Auslösungsarbeiten können wir machen Oh Da ist was Da ist dieses Spiel gekommen Was ich spielen soll Alter Wir haben 500 Abonnenten Leute Ich raste gleich aus Was geht hier ab Nice Okay Machen wir jetzt erstmal Dieses neue Spiel Das uns der Freund geschenkt hat Hier The Instant of Instant of Silence Okay Ähm Nehmen wir das direkt mal auf Lassen das alles so Und geben ein Holy Shit Ein Drache Ausrufezeichen Einfach mal so Ne Weil auf dem Cover war da ein Drache drauf So Alter 500 Abonnenten Alter Dann machen wir direkt mal eine fröhliche Äußerung Weil sich das Spiel aufhängt Okay Nochmal eine fröhliche Äußerung Weil ich hängen geblieben bin Lol Wie sich das wieder anhört Nice Alter wir haben gleich die 600 Abonnenten Alter Leute Ich komm darauf gerade irgendwie nicht klar So machen wir das hier Und machen das hier Und äh Ballern das hier auch wieder Volle Kanne rein So 44% Okay Interessiert irgendwie keinen Aber wir Wir haben hier ein lauter neue Rekorde Alter Wir steigen hier überall Level auf Was geht 600 Abonnenten Leute ihr müsst stolz auf mich sein Darauf Schlafen wir jetzt erstmal Und gehen danach studieren Alter Schwede Ich finde es Ich feiere das gerade Leute So Glückwunsch Level 2 erreicht Ja cool Wir haben neue Punkte Ausdauerpunkte Skills Videoclips Und weitere Objekte im Laden Nice Das können wir hier oben sehen Hier haben wir Marketing Unlockt Okay Verbreiten sie das Okay cool Äh und hier können wir Lol Eigentlich müsste ich doch hier Egal Okay Dann habe ich eben keinen Punkt da Ich dachte ich hätte da einen Punkt Aber dann habe ich da halt keinen Punkt Okay Kann man mal machen So wir sind studieren Sind gleich zu Hause Essen da noch erstmal was Und gleich kommt unser Video online Von dem was unser Freund uns aufgetragen hat So Okay So viel Humor Das kann man sehen Dass der YouTuber Äh da kann man sehen Dass der YouTuber beim Aufnahmen viel Spaß hatte Yo nice Äh Erzeugen viel Jetzt ein großes Interesse Sind wirklich interessant Gut gemacht Okay Ach komm Wieder so ein Hater Okay Video kommt jetzt nicht so mega an Wie das letzte Aber wir bekommen Abonnenten dazu Leute Dadurch Dass unser letztes Video Mit Äh hier Das hier So abgegangen ist Das ist ja richtig durch die Decke gegangen Machen wir jetzt einen zweiten Teil Wir hatten ja Ähm Den Ring der Herr Und ich würde Ich bin dafür Wir machen als zweiten Teil Yeah Die ähm Die 10 Türme Oder so irgendwas Okay Warte mal Muss mal fortsetzen Die Zwei Tausend Oh Tausend Türme So Genau Das ist der Plan Leute 626 Abonnenten Alter Leute Die 100.000 sind safe drin So Äh Winkende Begrüßung Hauen wir rein Und Zusammenfassung Des Spiels Okay Da geben wir einen lustigen Kommentar dazu ab So War witzig Ne Und hier Ist ein normales Spiel Machen wir einen Singen in den Kommentar So Okay Okay Nice So Dann geht's auf weiter hier Dann ballern wir das hier rein Das blöde ist Wir haben safe einen roten Punkt Aber ist es nicht besser wenn wir Aber ist es nicht besser wenn wir Oh fuck Ne Es geht nicht Ne Wir müssen das so machen Ähm Ballern hier das da rein Und Dann war ich im Fokus Und Gucken mal 59% Davor waren 60 Hier haben wir eine neue Oh wir haben zwei neue Rekorde Krass Okay bin ich ja mal gespannt wie das Video ankommt Wir laden es hoch Und hier Dieses Video könnten wir hypen für 10 Dollar Machen wir es einfach mal Habe ich beschlossen So Mal gucken Vielleicht kommt es dann noch besser an Wir bekommen hier oben auf jeden Fall Die 700 Abonnenten hin Das ist easy So Danach können wir vielleicht auch mal arbeiten gehen Wir können Gärtnern Autos waschen Oder Schuhe putzen Was gibt am meisten Kohle Okay Wir waschen Autos So Habe ich jetzt einfach mal beschlossen Und währenddessen wir ja arbeiten Können wir Meine Freunde Können wir Das Video hochladen Das ist doch optimale Zeitverteilung Ne Dadurch dass wir ja eine kacke Internetleitung haben So Okay Zeit ist vergangen Video ist immer noch am hochladen Wir haben eine 1 Mbit Leitung Oder Upload von 1 Mbit Und das ist halt nicht so Bombe Okay Wir warten jetzt mal bis es Ab Oh warte komm Wir gehen noch studieren schnell Sonst pust unsere Mutter wieder rum So das Video geht jetzt gleich online Hier Ergebnis anzeigen Alter Okay Cool Mich freut das voll hier Dass das Video doch gut angekommen ist Okay Okay Hat einen Daumen runter Aber das ist Das ist immer in Ordnung So Wir ignorieren den Brief Ups Äh Ups Fuck Scheiße Ja für Ich dachte es wäre Werbung Okay Abonnenten verloren Aber dieses Video geht jetzt wieder durch die Decke Leute Wir haben die 700 Abonnenten geknackt Holy shit Leute Während das Video durch die Decke geht Essen wir jetzt erstmal was Und Und ähm Krass Leute wir haben in der ersten Alter Leute Die erste Folge Also ich will 20 Minuten Parts machen Wir schaffen es in der ersten Folge 1000 Abonnenten zu bekommen Holy shit Wir haben 1000 Abonnenten Alter Leute was geht Wir schlafen erstmal Das verkraften wir nicht Leute wir haben die 1000 Abonnenten Ne Und das Alter Krass 1200 schon Wir drehen direkt einen dritten Teil Alter Dieses Projekt kommt einfach so mega gut an So Einen dritten Teil dazu Und den nennen wir dann einfach Ähm Die Königliche Rückkehr Ausrufezeichen Weiter Okay nice Leute und Alter Das hat 3000 Aufrufe Was geht Wir machen eine winkende Begrüßung Ballern dann Ein singendes Kommentar rein Und Dann Zu Hauptmenü Einen Äh Sinnlosen Kommentar Ne Einen unlustigen Kommentar So Holy shit So Okay Ballern wir das hier rein So Und alter Wir können hier mit diesen grünen Schnittpunkten Hier wieder mega reinballern Machen das hier Und das hier Oh ne warte Das da weg Und das dazu So Und rendern das Video 55% Okay schade Okay neuer Rekord Und oh fuck Alter Leute wir gehen hier total ab Was geht Wir haben Alter Leute wir schaffen die Die 2000 Abonnenten Noch safe Ich 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 Ah gut Während das Das blöde ist Ich kann Nicht ins Internet Wenn ich ein Video hochlade Ja da schlafen wir jetzt erstmal Das ist ein bisschen dumm Aber Leute 5000 Aufrufe Dieses Video Wir können mal auf unseren Kanal gehen Hier Lücke HD ist ja unser Kanal Oh den können wir umbenennen Hallo Leute Es muss ein großes H und ein D Oh das geht nicht Okay Gut Wir haben 13 Dollar verdient Das hier Rang auf YouTube Okay Marlon Olaf Ich bin auf Platz 43 Okay Nice Das ist unser Beliebtestes Video Wir könnten sogar In ein Netzwerk gehen Hier sehen wir Alter Alter Schwede Wir sind so durch die Decke gegangen Leute Wir haben gleich die 2000 Abonnenten Was geht Was geht Wir essen jetzt erstmal Oh ne wir gehen studieren Schnell Alter Schwede Leute Wir sind mega gut Also die 100.000 Abonnenten Das bekommen wir sicher hin Auf jeden Fall Nice Okay 2000 kommt Das müssen wir kriegen Hier Ergebnis anzeigen Hier sehen wir Die kommen Alter Und hier bekommen wir Geld dazu Wir sind richtig fame Okay Sehr gut Talentpunkt Ja jetzt haben wir den Talentpunkt Den ich vorhin eigentlich zeigen wollte Wir können jetzt hier hingehen Äh ne da nicht Äh dasa Und können jetzt hier aufwerten Ob wir jetzt zum Beispiel Warte Ja was willst du Ich hab hier nen Talent Jetzt kann ich Jump and Run Rennen Sport Sandbox Bekommt 10% mehr Likes Oder hier unten Kann man dann ne Preview erstellen Das machen wir mal Wenn ein neues Spiel rauskommt Okay Video ist gleich online Leute Video ist gleich online Jetzt Okay Ja Hat er drauf gewartet Ist wirklich interessant Bla 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 Und da wieder der Hater Video geht wieder durch die Decke Leute Okay Jetzt kaufen wir mal ein neues Spiel ein Oh was Sie hat mich umarmt Sehr gut Ne Menge gelernt Okay cool Leute Wenn euch dieses Wir haben die 2000 Abonnenten Wir haben die 2000 2100 Leute Wenn euch dieses Kleine Format gefällt Road to 100k Dann lasst einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Haut da rein Und tschüss